Schönen guten Tag. Willkommen bei GBS TV. Mein Name ist Manfred Stuhldreier. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Mein heutiges Thema ist Belegsuche mit der Navigate-Funktion. Die Navigate-Funktion ist ein wichtiges Hilfsmittel und wirklich effizientes Hilfsmittel, dass Sie jedwegen Beleg, egal wo Sie sich im Programm in GBS befinden, direkt auffinden können. Sie können in jedem Beleg über die Navigate-Funktion weiterführende Belege wie Posten oder verbundene Belege aufspüren. Oder Sie können irgendeine andere Belegnummer eingeben, um schnell etwas nachzusehen, ob dieser Beleg im System vorhanden ist oder weitere Informationen daraus zu entnehmen. Ich möchte Ihnen dies gerne einmal am System präsentieren. Ich befinde mich im Rollencenter und werde einmal als Beispiel in unsere Auftragsliste gehen. Hier sehe ich die ganz einfache Auftragsliste und wähle mir einmal einen Auftrag raus. Ich nehme hier den Auftrag Miriam Schulze und jetzt wähle ich in dem Menüband Navigate die Funktion Navigate. Sie sehen, wenn ich das an dieser Stelle aufrufe, interpretiert er die dahinter befindliche jetzt Information und stellt schon mal vor, dass ich ein Debitor analysieren möchte mit dieser Herkunftsnummer, Miriam Schulz und eben erschlägt einen Buchungszeitraum vor, den er analysieren möchte. Sie sehen dort noch einmal die Daten. Hier unten kann ich übrigens durchblättern und noch mal schauen. Unter Allgemein sehen Sie, könnte ich noch andere Daten eingeben, externe könnte ich Kontaktart und so weiter eingeben. Herkunft ist das, was Sie eben schon gesehen haben. Das ist die analysierte Herkunft, die er annimmt und die er jetzt durchsucht. Unter Optionen kann ich auch noch sagen, ob ich Posten sehen will. Ich lasse die Herkunft einmal stehen, weil das war das Ursprungsbild. Sie sehen jetzt, er hat zwei Angebote, 22 Aufträge, zwei erledigte Barverkäufe und so weiter gefunden. Ich mache die Spalte einmal ein bisschen breiter, damit man das besser lesen kann. Nochmal gesagt, unter der Voraussetzung, dass es nur für den Debitor Miriam Schulze ist. Und wenn ich dann die Aufträge von Miriam Schulze sehen möchte, klicke ich auf die 22, auf die drei Punkte, auf den Assist-Button und Sie sehen die 22 Aufträge Miriam Schulze und ich kann jeden einzelnen Auftrag bearbeiten, befinde mich in dem Auftrag und kann schauen, was ist damit los. Ich kann übrigens jeden Auftrag auch weiter analysieren. Ich bin jetzt einmal in einen Auftrag gegangen, der schon geliefert und schon berechnet worden ist. Auch hier in dem Auftrag wähle ich das Menüband Navigate und dort die Funktion Navigate. Sie sehen, hier stellt er wieder die Datensätze zusammen und schauen Sie, die Herkunft. Er nimmt also wieder die Herkunftsnummer Miriam Schulze und ich stand auf einem Artikel und er nimmt wieder den Buchungszeitraum. Daraus hat er jetzt gezählt, so viele Aufträge, so viele erledigte Barverkäufe und, und, und so weiter. Sie sehen, er hat also, da ich auf einem Artikel stand, den Artikel mit in die Suche integriert und nur Aufträge dieses Artikels genommen oder nur erledigte Barverkäufe, wo dieser Artikel enthalten ist, genommen. Sie sehen also, je nachdem, wo ich mich befinde, was ich angeklickt habe, wird als Basis für die Suche von Artikeln oder Posten verwendet. Das mit den Posten möchte ich jetzt auch noch einmal zeigen. Ich klicke einmal auf Optionen und sage, er soll mir auch die Posten anzeigen. Und dann klicke ich auf Suchen, um das Suchen neu zu starten. Es dauert wieder einen kleinen Moment und Sie sehen, er findet jetzt ebenfalls auch alle Posten, zum Beispiel die Artikelposten. Ich klicke auf den Assist-Button, da sehe ich die Artikelposten der entsprechenden Belegnummern, Herkunft und, und, und so weiter. Dort sind die Mengen, faktorierten Mengen, Lagerwerte, Beträge und so weiter. Sie sehen also, je nachdem, wo ich mich befinde, was ich markiert habe und dann auf Navigate klicke, entsprechend nimmt er dies als Basis, um daraus die entsprechenden Vorkommen zu suchen. Wenn ich unter Optionen, Posten extra anklicke, das ist in der Regel nicht voreingestellt, sucht ihr auch die dazugehörigen Posten. Das soll an dieser Stelle erstmal genug sein. Ich gehe nochmal zurück, verlasse auch mit Escape den geöffneten Auftrag und gehe aus dieser Liste raus. Ich möchte nämlich noch etwas anderes zeigen. Schauen Sie, ich bin jetzt in die Funktion Navigate gegangen, irgendeines Auftrages, und ich sehe ja, was er genommen hat, um zu zählen, um zu suchen. Ich kann aber auch schlicht und ergreifend eins tun. Ich kann unter Allgemein eingeben irgendeine Belegnummer. Ich schaue mir einfach links mal auf der Liste eine Belegnummer ab. Nehmen wir mal die 8246 und bestätige dies. Und Sie sehen, unten ist sofort leer. Ich klicke jetzt einfach kurz einmal durch. Sie sehen, alles ist leer. Das heißt, ich habe durch meine individuelle Eingabe einer Belegnummer. Das kann übrigens jede Belegnummer sein. Das kann ein Auftrag sein, das kann ein Lieferschein sein, das kann eine Rechnung sein, egal was. Diese Belegnummer gebe ich ein, gehe dann auf Suchen und er wird zu diesem Beleg etwas suchen. Das ist in diesem Falle nur ein Auftrag. Gut, bei der speziellen Belegnummer nichts Besonderes. Ich könnte dann unter Option sagen, zeige mir bitte auch die Posten an, klicke nochmal auf Suchen und Sie sehen, es gibt dort nur einen Aktivitätsposten. Das ist der Aktivitätsposten, also quasi das Protokoll für den Kunden, welche Aktivitäten an welchen Tagen für ihn erledigt wurden. Wenn es jetzt ein gebuchter Auftrag wäre, also ein gelieferter und ein berechneter Auftrag, hätte er natürlich die entsprechenden Artikelposten und so weiter auch gefunden. Ich nehme das mal als Beispiel, nehme mal diesen gelieferten, schaue mir den mal an, gehe einmal zu Navigate Funktion Navigate. Sehen Sie, im ersten Fall nimmt er nicht den Beleg, sondern er nimmt immer nur den Debitor. Gehe wieder zu Allgemein, gebe hier oben noch einmal die Belegnummer ein, 8242, klicke gleich auf Optionen und Postenanzeigen, dann auf Suchen und Sie sehen, hier gibt es zwei Aktivität, Protokollposten. Ja, da es auch einen Auftrag gibt, einen zweiten Auftrag, sind zwei Teillieferungen. Okay, das sollte also erstmal für diese Fall genug. Sie sehen also, egal wo Sie die Funktion Navigate aufrufen, er nimmt immer als Basis erstmal das, was er dort feststellt, um zu suchen. Sie können allerdings sofort durch eigene Eingaben unter Allgemein oder eben unter Externe, ja, in den entsprechenden Registern können Sie steuern, welche Belege er finden soll und die daraus resultierenden Posten. Damit möchte ich das Thema beenden. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für Sie. Falls Sie Fragen oder weitere Themenwünsche für Videos haben, schreiben Sie uns bitte eine Mail an gws-tv at gws.ms. Zur Sicherheit wird die Mailadresse auch nochmal eingeblendet. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine erfolgreiche Arbeit mit Gevis und hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.